Die Mörder müssen endlich handeln, aber dies verschwindet die Opfer, was bisher gegeben ist. Bleiben Sie mutig, wir wollen kämpfen für Sie mit, Sie kämpfen für uns, wir wollen solidarisch sein. Wir sind nicht unwahrheitlich, wir sind europäisch für die Opfer und wir kämpfen gegen die Mörder. Antischaus. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.